Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hätte ein Durchschnittsbürger die gleichen Strapazen wie ihr durchgestanden, lägen seine Nerven genauso blank. Es tut mir leid, Sie müssen verstehen. Ich will nur das nicht richtig. Wie bin ich hier unten gelandet? Sie wurden aggressiv, weil Sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Und lächeln. Was machen Sie so? Ich bin Schriftsteller, Arzt, Kernphysiker, theoretischer Philosoph. Aber vor allen Dingen bin ich ein Mann. Genau wie Sie. Er hat die ganze Nacht geschrieben. Anscheinend bringen Sie etwas in ihm zum Klingen. Das, was ich jetzt vorhabe, wird dich dazu bringen, dich in einer Gruppe zurechtzufinden. Gesellschaft oder Familie. Seriöse Wissenschaft lässt auch andere Meinungen gelten. Sonst ginge alles nach dem Willen eines Mannes und das wäre die Grundlage für einen Kult. Und da stehen wir nun. Wir müssen uns erklären. Aus welchem Grund? Wir können uns nur verteidigen, indem wir angreifen. Wach auf, Herr. Dein Vater hält eine Rede. Du könntest was lernen. Aber er denkt sich das alles nur aus, während er redet. Wussten Sie das nicht? Ich frage mich, warum er hier ist und was er will. Ist er wirklich ganz zufällig auf uns gestoßen? Du bist eine Quelle immerwährender Inspiration. Ich glaube dir nicht. Du denkst dir das bloß aus. Ich weiß, dass du nur versuchst, mich zu beruhigen. Aber sag mir endlich etwas Wahres! Sind deine Bemerkungen oft nicht durchdacht? Machen dir deine Verfehlungen zu schaffen? Ist dein Leben ein Kampf? Bist du oft unkontrolliert? Wovor läufst du weg? Er ist gefährlich. Er wird unser Untergang sein, wenn wir ihn weiter hier behalten. Wenn wir ihm nicht helfen, dann sind wir es, die versagt haben. Vielleicht kommt jede Hilfe zu spät. Oder er ist verrückt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017